Wenn ich einen Porsche 911 besitze und der wird mir kaputt gefahren von jemandem und der ist in der Reparatur, ziemlich lange in der Reparatur, muss ich mich dann wirklich mit einem Ford Mondeo begnügen? Ja, mit dieser schwierigen Frage musste sich jetzt das Landgericht Köln auseinandersetzen. Ein Porsche-Fahrer, der hatte einen kaputten 911, der hat den Schaden nicht selber verursacht, der musste repariert werden. Über 100 Tage dauerte die Reparatur und die zwei Autos, die was getaugt haben, die hat seine Family genutzt. Naja, und übrig war nur noch ein Ford Mondeo, auf den hat er aber wirklich keinen Bock gehabt, deswegen wollte er Schadenersatz haben. Und aber den gekriegt, das gucken wir uns mal genauer an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und wenn ihr Bock auf Rechtsthemen habt, und das habt ihr, sonst werdet ihr nicht hier, dann lasst gerne ein Abo auf diesen Kanal da. Würde mich jedenfalls freuen. Kurz zum Sachverhalt, was ist hier passiert? Ein Porsche-Fahrer war einen Unfall verwickelt, sein schöner 911, der war ziemlich kaputt und war in der Reparatur und zwar 112 Tage. Und klassischerweise bekommt man natürlich die Reparaturkosten ersetzt, aber wenn ihr den Porsche nicht nutzen könnt, da bekommt ihr für die Übergangszeit auch Schadenersatz. Und dieser Schadenersatz, der empfasst eben nicht nur den Schaden am Auto selbst, sondern auch den Nutzungsausfallschaden. Das heißt also, ihr könnt ein Ersatzauto euch besorgen, wenn ihr sonst keins habt. So, ihr bekommt die Mietkosten für so ein Ersatzauto, also gleichwertigen Ersatzwagen. Da gibt es gewisse Tabellen, was man jemandem zumuten kann, kann man pauschal ablesen, was man bekommt. Das könnte man ja meinen, dass es nur Geld gibt für denjenigen, der so einen Mietwagen auch wirklich in Anspruch nimmt, aber das ist nicht so, denn wer sparsam im Fahrrad fährt, der bekommt auch das Geld für so einen Autoersatz. Man kann sich folgenden Spruch ungefähr merken, der Schädiger soll durch die Sparsamkeit des Geschädigten nicht besser belohnt werden. Es ist also egal, ob man sich wirklich einen Mietwagen holt oder nicht. Der vorübergehende Verlust des Autos ist grundsätzlich ersatzfähig. Apropos ersatzfähig, wenn ihr privat krankenversichert seid, dann schaut mal unten in der Caption vorbei. Wir können euch gerade ziemlich viel Geld von eurer privaten Krankenversicherung zurückholen, denn die Beitragserhöhungen, die waren illegal. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist hier mal eben ausfüllen, was für eine Krankenversicherung ihr habt. Und dann sagen wir euch, wie viel Geld wir euch zurückbesorgen können. Naja, und Geld zurückbesorgen wollte sich auch unser Porsche-Fahrer hier in diesem Fall. Der hat nämlich geklagt vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt. Er sagte, ja gut, ich habe neben dem Porsche noch zwei weitere Autos, die sind gescheit, aber die fährt meine Family. Dann habe ich noch einen weiteren Rennwagen, der ist eigentlich nicht so richtig geeignet, um ihn auf der Straße zu fahren. Und dann habe ich noch einen Ford Mondeo. Aber so einen Ford Mondeo, den kennt ja nun wirklich überhaupt keiner fahren, und dachte sich, unser Porsche-Fahrer, der ist viel zu sperrig für den Stadtverkehr. Den nehmen wir nur für Lastenfahrten oder wenn wir alle gemeinsam mal in Urlaub fahren. Aber ansonsten steht der nur, ist kein Vergleich für meinen Porsche. Wenn ich stattdessen Mondeo fahre, dann lasse ich es lieber ganz. Also er hat gesagt, dieser Wagen ist nicht praktikabel, ich muss den kompletten Nutzungsausfall bekommen. Das Gericht hat sich jetzt gefragt, hat er denn einen zumutbaren eigenen Ersatzwagen? Und das ist vielleicht gemein, aber es ist so, habt ihr einen zumutbaren eigenen Ersatzwagen zur Verfügung, dann ist der Schaden für euch nicht fühlbar und dann ist der auch nicht ersatzfähig. Also ziemlich blöde, wenn ihr noch eigene sonstige Autos habt, die sonst nur da rumstehen. Jetzt muss das Gericht sich die einzelnen Autos angucken. Dann hat das Auto sich die ersten beiden Wagen angeschaut, naja, die werden von Familienmitgliedern genutzt. Und deswegen standen sie in zumutbarer Weise nicht zur Verfügung. Und tatsächlich gibt es Gerichtsentscheidungen, es kommt nicht darauf an, wer in einer Family, wem die gehören, könnten ja Vatern alle gehören, könnte sein, ja. Aber es kommt darauf an, wer die normalerweise nutzt. Und wenn andere Familienmitglieder diese nutzen, sagt das Gericht, ja, dann stehen die auch wirklich nicht zur Verfügung als Ersatzwagen. Okay, Haken dran. Dann gab es noch diesen Rennwagen, ja, der ist für Sportrennzwecke, steht eigentlich auch nicht zur Verfügung. So, sagte das Gericht, kannst du auch nicht nutzen. Aber da gibt es noch diesen Ford Mondeo und den kannst du ja mal dir anschauen, ja. Jetzt müssen wir uns mal erstmal, hier habe ich mir so einen Porsche 911. Ein Porsche ist mir ja grundsätzlich ganz gut bekannt, jetzt der Turbo auch nicht, aber der 992er ja, wie der einer von euch weiß. Und den können wir uns jetzt mal hier schön konfigurieren. So, das ist jetzt erstmal so ein Porsche, habe ich den Konfigurator schon aufgepackt. Mir sehr persönlich gefällt hier dieses Silber GT Metallica am allerbesten an Porsches. Da habe ich als Kind schon von geschwärmt, ja. Finde ich einfach ein geiles Auto, muss ich jetzt erstmal so sagen. So, das ist jetzt das Auto, was er hatte. Ich weiß nicht, ob es der Turbo war. Ist aber egal. So sieht der Porsche von innen aus. Ich nach wie vor weiß der ein oder andere. Riesen Porsche Fan. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was die Alternative war. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es der Mondeo war. Das wäre schon eher ein neueres Modell. Oder ich habe mir auch noch das ältere Modell. Ich glaube, er wollte ja eher so die Familienkutsche. Wäre so das. Und jetzt sagt er, ist das hier wirklich, machen wir auch mal Silber hier ja, vergleichen zu dem hier. Silber gegen Silber. Das Gericht sagt, ja, beides bewegt euch von A nach B. Das ist eine silberne Karre und das ist auch eine silberne Karre. Und ihr kommt da beide von A nach B. Und das entgangene Fahrvergnügen, sagt das Gericht, das müssen wir ja mal schön außen vor lassen. Das ist nämlich nicht ersatzfähig. Das Gericht hat gesagt, dass das Auto hier zu sperrig sei. Das lassen wir als Begründung nicht zu, denn es ist auch nicht, dass es irgendwie nur ein Abstellauto ist. Das ist im Stadtverkehr nutzbar. Und das Oberlandesgericht hat hier gesagt, dem Kläger, dem Wind aus dem Segel genommen, hat gesagt, naja, nur eine Beschränkung des Fahrvergnügens und damit eine rein subjektive Einschränkung sei kein einklagbarer Schaden. So ist das also mit dem Nutzungsausfallschaden. Wenn man sich neben dem Porsche noch einen Zweit-, Dritt- und Viertwagen leisten kann, ja, dann ist das schlecht. Da steht ein Wagen rum, dann habt ihr ein Ersatzfahrzeug, habt keinen echten Schaden. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, ich nutze ja in der Zeit auch meinen Ford Mondeo ab. Den Schaden, das würde man wahrscheinlich noch hinkriegen, dass man da ein paar Euro für die Abnutzung des Ford Mondeos noch vielleicht daraus gebaldovert bekommt. Aber nicht das, was man sonst nach den Tabellen bekommen würde, wenn man keinen Wagen hätte. Ein bisschen unfair fast die Entscheidung. Insofern kann ich schon verstehen, dass sie hier zum OLG, also noch in die nächste Instanz gewandert sind, aber haben auch da kein Recht bekommen. Und ich wage aber mal zu behaupten, dass es dem guten Mann nicht allzu weh getan hat, wer sich schon vier Autos leisten kann. Aber gut, der war ja eine Family, Sportwagen, ja, gut, nee. Müsste ja eigentlich bei ihm doch ein bisschen was noch da sein, dass er auch diese 112 Tage irgendwie überbrückt bekommen hat. Aber klar, nachvollziehen kann ich schon, dass man sagt, ja, pass mal, wir fährst mir meine Karre kaputt. Ich soll jetzt hier meinen Ford Mondeo plötzlich jeden Tag durch die Stadt kutschieren. Finde ich nicht in Ordnung. Aber was habt ihr jetzt gelernt? Der Schaden im Schadenersatz ist mehr als nur die Reparatur des Autos. Wenn ihr auf ein Auto angewiesen seid, dann steht euch nach deutschem Recht auch noch ein Unfallwagen. Und der Unfallwagen in der Werkstatt steht euch auch noch ein Ersatzwagen, Mietwagen zu. Natürlich nur dann, wenn ihr den Unfall nicht selbst verursacht habt und sozusagen nicht einen zumutbaren Zweitwagen habt. Ja, und da hat das Gericht gesagt, ist doch ein schönes Chaotchen hier, der Ford Mondeo, absolut zumutbarer Zweitwagen. Und sollte euer Porsche 911 jetzt demnächst mal beschädigt werden, wisst ihr auch, nach deutschem Recht, Viertwagen müsst ihr euch zu Not mit begnügen. Schön also und wohl dem, der einen Porsche 911 hat und keinen Viertwagen den auch benutzen kann. Dann kriegt er nämlich, ich weiß nicht, recht hoch, 100 Euro oder sowas am Tag, wahrscheinlich sogar noch mehr an Ausfall für die Karre. Aber hier gab es also nichts, weil noch ein Ford Mondeo in der Garage stand. Kurioser Fall, deswegen kriegt ihr ihn hier präsentiert. Noch zwei Fälle habt ihr hier, was ihr so für Autos fahrt. Schreibt es unten in die Caption, bin gespannt, ob ihr ein Ford Mondeo genauso Kacke findet, wie ihn dieser Porsche-Fahrer Kacke findet. Ich persönlich finde den gar nicht blöde. Ist doch ein hervorragendes Auto, insbesondere die neue Version finde ich sogar recht schnieke. Wenn ihr meine Videos schnieke findet, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen gleich, erstellt schon wieder. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.